Hey und herzlich willkommen zur dritten Folge von Minecraft Bugner Ja, dann werden wir gleich drauf gescheunern, hätte ich gesagt Sicher Auf jeden Fall 3, 2, 1 Ok Jetzt willst du uns einmal zusammenfinden, oder nicht? Ja, jetzt warten wir mal ein paar Sekunden Aber geh Dias finden Ja, auch Dias finden Ja stimmt, ey Wir wollen zusammenfinden, das sieht jeder drüben Hey Dias Wo? Ich komm von da wo du bist Ich hab mich da reingebaut und baue gerade ab, alles neben mir Und da sind einfach Dinos gewesen So ein Instant Dias da Geil, Alter So, jetzt können wir uns langsam bewegen auch schon Alter, nice Sogar eine größere Ader Ja Ey, auch Dias gucke ich Ich kenn schon die Brust da Ja Bist Ja, ich hab das auch voll 4, aber da schon Wir waren hundeliger Glückverzauber Alter, wir hätten schon die volle Armee Na und du Wir werden schon dann nicht auch Levels farmen, man Ey und da ist ein bisschen lang da, Alter Ja Da auch Da auch, ja Silberfischer an der Top, gucke Wo bist du halt? Ich bin da links Wo waren jetzt die Dias? Ja, ich bin genau auf dir Ja, die Dias waren da drinnen Meine waren genau da drüben, Alex Bei den nächsten Dias Verzauert sie und macht sie sofort neue Iron-Spitzhacken bis sie nicht lag raus Ich kenn doch aber echt das Zimmer Mhm Warst du da drüben schon? Nein, noch in Weihnacht Warte, langsam kann ich mal essen gehen Nur Locks 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 Noch mehr Iron Hierbei Iron haben wir dann schon eigentlich 13 Na, wir brauchen noch Ambus Hier was Aber gucke ich, wie wir da einiges mehr Eisen wieder haben 13 Okay Ja, dann gehts da Ambus langsam aus Arter Spots brauchen, muss eigentlich jeder noch abbauen, dann haben wir genug Eisen Okay, Gold ist natürlich immer cool Okay, Gold ist natürlich immer cool Cool Ich hoffe, dass ich kein Boah hin und nehme Zack Gold Äpfel brauchen wir auf jeden Fall noch, gucke Mhm Soll ich ja auch noch aufgehen Ähm, Äpfel farmen Oder wollen wir gerade so fleißig Dias finden? Na, bist du wahnsinnig Das können wir Machen, wenn wir die nicht aggern müssen wir Ja, was ich Ja, hast du ja Ja, aber bald kannst du noch Ah, Psy Ja, dann sollte ich noch das gehen Ähm Uuuuuh Junge Ich geh nicht in die Lava Ich sneaker viel jetzt sonst gseemals Ich bin ja nicht so Sahne, wie der was da Der was da schon nicht gseekt abwahl Stell dir mal vor So, wie meinst Hm Ja, aber man guckt, wie man den anderen sieht Das ist immer praktisch Schon Ja Ich bin schon Level 10 Nice Ja, musst du lieber ab Levels farmen Oder lieber Dias Ja, Dias Ja, hörst du dich Hörst du dich Hörst du dich Ich bin da gerade Bisschen da oben Bisschen da oben Bisschen da oben Bisschen da oben Ja, ich versteh schon Ein bisschen Hast du eh Irgendwie kein Glück Kein Glück Kein Glück Bisschen da oben Ja, Eisen Braucht schon Eisen Da ist der Cookie So und jetzt schon seitlich wieder bauen Drei vorne und seitlich Ja, sicher Yo, Eisen ist überall Max, hast du gerade gehört? Was habe ich gehört? Noch mehr Eisen, Alter Mein Ding ist gerade eingangs Wo bist du denn da? Warte, ich bin eh fast Okay, lass gerade weg Ja, und jetzt klingst du die Höhle entlang Ja, genau Du bist richtig Dann strip meinen Weg Was brauchst du denn? Ähm, Werkbench bitte Ich hab's ja auch Das ist ein Werkbench Ja, läuft für dich Ja, einfach Ofen mit Aber einfach Eisen bitte Muss mir eine neue Spitze Ich kann dir 15 Eisen anbieten Warte und Öfen Wir haben ja keine Memory Da brutzeln gehen Warte, dann schlech Machen wir kurz ein Blatt Da Tak, tak Hau rein, was du hast Gut Oh Tust du gut auch, Mowerbord Ja, hab ich eigentlich gerade Achso Ich muss ja mal wieder Eton vernichten Ich hab schon wieder so vieles gibt's ja nicht da Guck, geht auch Eton vernichten Ich hab's das Ding Ich hab's ja gesehen Guck, ich hab's ja gesehen Etonic Das ist auch nicht so schön Eigentlich brauchen wir nicht mehr Einen Wenn du schon vor der Haustel liegt Jaaa Das hat sich nicht nachher Kriegt man Levels, wenn man Eisen schmutzt. Keine gute Idee gewesen. Und schon guck ich so fuck Leute. Ich bau mal gut aus, damit wir uns dann nicht die ganze Zeit über den Weg laufen. Schon wieder Eisen. Und Emerald. Warte, wir sind ja... Hätten wir jetzt statt Emeralds noch Tiers angefunden? Normalerweise findet man zehnmal öfter Tiers. Ich guck ich, wir gehen einfach oben auf hier und suchen im Villager Dorf und trainen einfach alles was man so trainen kann. Mhm. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich hab da oben schon wieder Tiers gedacht. Ah, das Iron. Völlig fand ich das. Mhm. Wie geht da? Da hast du Wasser erbraucht, oder hast du schon Wasser? Ja, ich hab schon Wasser. Ja, nice. Noch mehr Iron, Alter. Ja. Wie geht's bergauf? Ja, bergauf ist nicht schlecht. Mhm. Diers. Diers, 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 Diers. Alex, äh, wirklich mal entspannen. Wir müssen unbedingt Glück verzauern. Ah, ja. Machen wir mal, oder? Ah, den Manni. Tschau, Anteil. Hat schon jemand währenddessen Labis gefunden? Ah ja, fuck, wir haben keine Labis. Ah ja. Ah ja. Lol, wir haben keine Labis, aber die hat. Ah, den hab ich gesehen. Ah, den haben wir ja. Ah, den haben wir ja. Ja, weiß. Hau das mal daneben aneinander hin, weil. Bei uns gibt's nicht, dass wir keine Labis finden. Ach so, mit an geht's nicht? Ja, bin mir nicht sicher. Ja. Eigentlich hab ich schon als Durchschauen bei mir, aber. Ja, die Level 1 zu zaubern geht mit Labis. Ja, na, da muss ich drei Spitzhacke haben. Ja, sowohl. Oder da holst du Spitzhacke, holst du Schwert, holst irgendwas. Na. Oder äh. Bei uns schon verzauern, aber schon Spitzhacke. Oder? Ja. Eigentlich schauen wir's daher. Ja, das ist dann neben Wahrscheinlichkeit. Schon wieder Emerald hat er sich nicht gemacht. Ja, Labis wär mal gut. Aber du musst dir mal irgendetwas anderes verzauern. Wenn es jetzt auf Spitzhacke verzauern ist, dann kannst du ja nicht mehr verzauern. Da bauen wir jetzt woher. Was, wie viel Rüsten bauen? Ja. Die könnten mal einen Ambus bauen. Damit man einen Ambus mal dummschleppt. Ja, geh da. Jetzt verzauern wir mal einen Schaufel, einen Iron Schaufel. Oder einen Hood Schaufel. Ah, das brauchen wir später noch. Angst. Unbreak. Ich hab auch. Dann kann ich nichts mehr verzauern, aber ich muss das verzauern. Ja, dann. Jetzt haben alle anderen resettet. Jetzt schauen wir mal, ob Lack aufgegangen ist. Ja, das ist irgendwas. Okay, das zeigt es mir. Okay, das zeigt es mir. Ja, keine Ahnung. Okay, scheiße. Wo ist die Stadt? Das schreckt mich. Ich hab echt nichts drauf. Vielleicht sind wir in der falschen Version noch. Und immer mal wieder alles mit. Nicht, dass wir da wieder alles verstrahlen wie so eine. World Master. Eigentlich find ich kein Lappes. Ja. Ja, beim Update. Ja, überhaupt. Ich mach mal einen. Ähm. Wir haben genau nur Eisen und einen Amboss Cookie. Ich hab nur einen. Also eigentlich brauchen wir. Höchstens, wir wollen manche. Tun ja. Eisenschwert mit Fire Aspect machen. Ja, ne. Mit Fire Aspect machen. Ein Diamantschwert kann kein Feuer haben. Oh. Ohne Bruch zumindest. Es hat uns sauvolle Feuer Aspect auf. Okay. Alles dunkel. Da schlagst du mich auch mit dem Iron Schwert und auch mit Tiger Schwert. Oder? Sowas, ja. Ja, ich glaub den mal auf die Seite. Oder auf die Schafe. Nein, auf die Schafe. Das kann ja nicht so lang sein. Tick, 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 tick. Ja, Licht war auch nicht so. Ich sorge für alles auch nichts. Ich sorge für alles. Ja, zur Zeit sind wir alleine auf und so. Ja. Ach, es kommt aber nur gerade aus, bitte. Ja. Lapis, 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 wo bist du? Ich weiß nicht, dass du uns schon gefunden hast. Wir haben schon Verzauern gehabt. Wir müssen mal schauen, was für eine Höhe Lapis ist. Lapis? Ja. Schau mal, Philipp. Ja, aber wir brauchen zum Verzauern auch noch mehr Lapis. Also, wenn wir nicht einmal Gliedschirm haben. Lapis Problemikos. Ich bin gerade am Lack-Google. Ja, da schau ich, schau. Lapis. Lapris. 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 Lapris, ja. Oder dunkel. Jetzt bist du ziemlich dunkel unterwegs. Ja. Licht ging an. Kann auch bei Dwarf Dibon AG gekauft werden. Juhu, das gönnen wir uns. Ich muss schon wieder was Sachen weg haben, das gibt es nicht. Ich hab's Höhle gefunden. Hm? Höhle gefunden. Du? Ja, ich schau kurz rein, ob irgendwas ist. Keine Antwort. Juhu. Soll ich fucking craften, aber dann hab ich keine Sticks mehr. Kein Holz mehr, Manni. Äh, ich hab noch zwei, wenn's gut bleibt. Ja, dann crafte ich mal, aber fucken. Ist irgendwie schon gemütlicher. Ähm, soll ich überhaupt die ganze Zeit mit Diyahaki abbauen zu ihr, gell? Äh, so dass du noch mindestens 9 Obsidian abbauen kannst oder so. Ah, mit Diyahaki. Ich weiß nicht. Ich glaub ich kann... Zweites Wurden würde auch machen. Also statt ums... Ah, Lapis, Alter! Ja, geht doch. Ja, geht doch. Alter, wie geil. Hey, wir finden noch mal Sachen. Ich bin geflasht. In der dritten Folge hab ich mit dem Steve gleich noch genau gar nichts gehabt. Ja. Noch mehr Lapis gucke. Nice. Ja. Ich hab schon 7,2, glaub ich. Hab sie es dir noch gelassen? Nein. Nein. Schau voll. Schon Lapis, oder? Ja. Ja. Ja, ich glaub, dass wir ewig zurückgehen haben müssen. Ja, das wär unnötig. Ja, das wär unnötig. Bald zurückgehen wir nicht. Ja. Noch mehr Lapis. Das wär's. Wir haben noch gleich dabei. Ja, warum baue ich eigentlich... Ja, wo geht's weiter? Ich bin also grad genau ganz wahnsinnig, wo du bist. Ja, aber sie wusste, oder? Ja. Ich baue das ganze Racer und Dirt nicht mehr auf, okay? Dir kommt ein Dir, Dir, Dir. Ja. Jaaaa. Axe hat keine Spitzer. Okay, ich mach mich nicht mehr auf. Das ist... Das lag für Zauern. Lack für Zauern? Ja, Axe, komm her. Ja, warte, ich schau noch kurz, ob es so weitergeht. Na. Schaut nicht so aus. Ich mach 3, 4, 4 Spitzer. Ja, okay, komm zurück. Wo bist denn du? Wenn du zurück gehst, siehst du links einmal... Also wenn du zurück gehst, links einmal Ding. Links oder am anderen? Linke Seite ist ein Eingang. Ja, ich glaube am unten. Das ist ein langes Drip, mein Gang. Ja. Und dann irgendwo bin ich halt. Mein Name soll kurz sehen. 60 Sekunden. Okay, 60 Sekunden. Nice. Mal nehmen dir einen Schlag. Wo bist du? Ja, wo bist denn du jetzt? Amorard. Da, nochmal dumm. Da. Ah, da ist ein Amorard, oder was sehen? Ja, ich baue da noch die Racer für den. Dann fass ich nicht mit ihm so. Da ist ein Bier, ehrlich gesagt. Wichtig. Du willst nur froh sein, wenn es... Achtung, da ist es Lava. Ja, schon aufpassen. Ja. Ja. Und das passt. Lore? Ja. 30 Sekunden. Ja. Das ist gut, meinst du. 30 Sekunden haben wir schon wieder weg. Also ab und ab. Gut. Und du bist gut. Acht skimmst du? Ja, wir sind irgendwo nebeneinander. Das haben wir ja. Ja, 20 Sekunden. Acht stellst du, nichts mehr auf. Das ist gut, ey. Ja. 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 Wir haben die Videos gefunden, wieder. Mal sehr gut. Ja, wir haben die Videos ausgelockt. Das ist natürlich noch besser. Perfekt. Ja. 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 Wenn ihr euch die Runde gefahren habt, gebt einen Daumen hoch. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Fotos. Ja. Vielen Dank.